Ringen um Worte Rumi sagt, Worte seien nur Staub, den der Besen Zunge hervorbringt, auf der Grundlage der Erfahrung. Alle Heiligen haben unter diesem Staub der Worte zu leiden gehabt. Sie können in Bildern umschreiben, hinweisen, aber nie tell quell benennen, was mit ihnen geschah und wie sie Gott wahrnehmen. In der Sprache der Menschen wohnt eine gewisse Hilflosigkeit, das Ewige allgemein verständlich auszudrücken. Wie kann man sich über etwas, das nicht die uns umgebende objektive Realität darstellt, verständigen? Kann man einem Wesen ohne Geruchssinn den Duft einer Rose verständlich machen, einem Nichtverliebten den Zustand des Verliebtseins vermitteln, Einem Nüchternen die Gott-Trunkenheit? Unsere Sprache erfährt da eine Hilflosigkeit. Wir können das, nachdem wir uns am meisten sehnen, nicht so einfach kommunikativ miteinander teilen. Nietzsche lässt Zarathustra mit viel Verstand einsehen, dass er im Unterrichten der Lehre anders verstanden wird als geplant, weil er mit anderen Menschen spricht, die als Individuen die Dinge eben nur ihrer momentanen Konditionierung gemäß verstehen können. Somit ist also das zu Unterrichtende zur Begrenztheit des Zuhörers geworden und ist somit unwahr gemacht worden. Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche. Es geht hierbei um die Verzweiflung von jemandem, der den Geist des Wahren erschaut, ihn aber nicht vermitteln kann in den bisher bekannten Perimetern. Die Vaischnavas sprechen dabei von der unglaublichen Demut und Toleranz, welche geistige Lehrer mit uns aufwenden. Es geht um das Problem der unzureichenden Sprache, der Unausdrückbarkeit, der Unsagbarkeit, wenn es um das Thema Gott geht. Für einen Fundamentalisten ist es klar. Es steht doch genauso geschrieben und man muss es nur noch schlucken und übernehmen. Unsere Welt ist allerdings Beweis genug dafür, dass unreflektierte, nicht durchdachte und aufgeschlüsselte Spiritualität viele aufrichtige Menschen in die Gottesferne getrieben hat. Angelus Silesius 1624-1677 schreibt, Je mehr du nach ihm greifst, desto mehr entwirrt er dir. Die Sprache ist zu eng, zu verstaubt, zu nichts sagend, zu irreführend, um den mystischen Zustand auszudrücken. Alle Worte sind begrenzt mit einer innerweltlichen Erfahrung. Jedes Wort ist in uns mit einem Bild besetzt. Genau das macht die Worte, die das Heilige umschreiben, zum Götzen, zum selbstgemachten Bild. Es braucht das Misstrauen gegenüber der Sprache. Sie ist eine Konvention, eine Abmachung innerhalb der Welt, der wir alle einfach zugestimmt haben, um die benennbare Welt zu benennen. Peter Bichsel schreibt in einer Geschichte, wie jemand sich dieser Konvention entzog und eigene Benennungen machte. Ich nenne ab heute einen Stuhl Bett, Tisch nenne ich Decke, Essen nenne ich Fahren, Käse nenne ich Kaulquappen etc. Er setzt sich auf das Bett an der Decke, um Kaulquappen zu fahren. Die Sprache hat etwas Willkürliches und eignet sich deshalb nicht für das Unveränderbare. Raghunath Daskoswami spricht im Vilab Kusumanjali von Mukha Ashwadan Vat, dass er sich wie ein stummer Fühler, der etwas Wunderbares erlebt hat, aber nicht fähig ist, die gesamte Erfahrung zu vermitteln. Er erlebt seinen Austausch im ewigen spirituellen Körper mit Srimati Radhika in der ewigen Welt, kann aber nur Bruchstücke davon in diese Welt hinein transportieren und diese dann auch nur in Bengali, einer Sprache, in der die Menschen seines Umfeldes jedes einzelne Wort mit einem Bild ihrer eigenen Erfahrung besetzt hatten. Wenn er sagt, dass Nandagaun ein kleiner Bauernweiler sei, dann ist diese Aussage im Geist mit einem Bild aus der eigenen Erfahrung heraus bereits besetzt. Im Narada Bhakti Sutra, Vers 53, wird beschrieben, wie die mystischen Äußerungen von Liebestrunkenen, in Klammer verwirklichten Gottgeweihten, nur sehr selten und nur von Glück begünstigten Seelen verstanden werden können. Eine franziskanische Mystikerin in Italien, Angela von Folgino, 1248 bis 1309, nennt ihre eigenen höchst präzisen Schilderungen dessen, was sie im Austausch mit Gott erlebt hat, Blasphemien. Für die Erfahrung Gottes fehlen die passenden Worte, um diese Einsicht zu vermitteln. Es ist, als versuche man, mit der Hälfte des Alphabets einen Roman zu schreiben. Alle spirituellen Autoren haben mit der Begrenztheit der menschlichen Sprache gerungen. Und doch vermag man, hinter dem verzweifelten Versuch, die Erfahrung der Gottesbegegnung in Worte zu fassen versuchen, die Ungeheuerlichkeit und grenzenlose Erhabenheit davon zu erahnen. Ein klassisches Zeugnis der abendländischen mystischen Tradition für die Limitiertheit der Sprache ist das Traktat Wolke des Nichtwissens. Ein unbekannter englischer Priester aus dem 14. Jahrhundert, vielleicht ein Karthoyser Mönch, hat diese Erfahrung niedergeschrieben. Wenn ich von Dunkel spreche, so meine ich ein Dunkel des bewussten Erkennens, das zwischen dir und einem Gott liegt. Viertes Kapitel Kurz vor seinem Tod hatte Thomas von Aquin, der größte Denker und theologische Konzeptdenker des Mittelalters, während einer Messe ein mystisches Erlebnis, das ihm die Sprache verschlug. Er vertraute sich einem Freund an. Mir ist solches geoffenbart worden, dass das, was ich mein Leben lang geschrieben und gelehrt habe, so belanglos wie Stroh erscheint. Die Rede wird flach, geistlos, banal, wenn sie glaubt, alles zur Verfügung zu haben, alles genau erklären und zu umschreiben vermögen. Das kann vielleicht die technische Beschreibung, aber nicht die Faszination der Liebe. An der Grenze und nicht im Inland wächst die Sprache. Bei Gott sind alle Worte nur noch ein Stammeln, ein Hinweis, den derjenige versteht, der die gleiche Erfahrung geschenkt bekam oder zumindest in die gleiche Richtung schaut. Das Thema Gottes ist das, was uns unbedingt angeht. Paul Tillich Es ist das mystische a priori der Heilige Imperativ. Die Bemühung, Gott zu verstehen, ist durch die Erkenntnis der Limitation der Sprache nicht lahmgelegt oder verunmöglicht, sondern wird nur differenzierter. Jede Aussage über Gott wirkt limitierend und würde ihn schmälern. Deshalb bediente sich die mystische Sprache der Wir-Negativa, der Negation von allem, um wenigstens darauf hinzuweisen, dass die Erfahrung Gottes von grundlegend anderer Wesensart ist. Für sie ist die Verneinung griechisch apophaseis, wahr, und die Bejahrung kataphaseis, unzureichend. Apophatische und kataphatische Tradition Das Wahre und das Unzureichende ergänzen sich in Wirklichkeit und bleiben aufeinander angewiesen. So gelangt man über die bisherige Besetzung des Wortes hinaus, zu dem hin, was das Wort letztlich ausdrücken möchte. Um den Worten ihre Ladung zu entnehmen, die sie durch die eigene Erfahrung automatisch bekommen haben, braucht es das Zulassen der Ungewissheit. Swami Sadanandan schreibt in einem Brief 6. Januar 1961 von der Schwierigkeit, durch vermittelte Worte auch das Wirkliche durchleuchten zu lassen. Meine Erfahrungen in Indien und Europa haben mich gelehrt, sehr vorsichtig zu sein, von Dingen zu sprechen oder zu lesen zu geben, für welche die Voraussetzungen fehlen, denn sonst endet alles in Spaltpersönlichkeit, Mystik und erbaulicher Verschwommenheit. David Hume fragt, worin denn ein Mystiker, Anhänger der Theologia Negativa, der von der absoluten Unbegreiflichkeit Gottes ausgeht, sich von einem Skeptiker, Agnostiker oder Atheisten unterscheidet, welcher die erste Ursache für unerkennbar und unverstehbar hält. Dialogs Konzinen Natural Religion erstmals 1779 veröffentlicht. Der Unterschied liegt darin, dass der Mystiker das Geheimnis Gottes hinter allen Phänomenen erahnt und in Staunen zittert. Der Agnostiker aber benutzt den Fakt von Gottes Unergründlichkeit als Begründung seiner Gleichgültigkeit. Der Mystiker springt vertrauensvoll dem unbekannten Gott entgegen, der genau durch diesen waghalsigen Mut berührt ist und sich der Seele offenbart. Zulassen der Ungewissheit Im Alltagsbewusstsein in der Umgangswelt denken wir, dass wir manchmal etwas missverstehen, dass wir aber doch das meiste erkennen und verstehen. Satzang Gemeinschaft mit Heiligen lässt uns das Gegenteil diagnostizieren. Auch wenn man im spirituellen Leben meint, etwas verstanden zu haben, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit einfach ein erneutes Verkennen. Diese Missdeutung und Verfälschung geschieht aufgrund des riesigen Schattens, den wir mit uns tragen, ein Schatten von Vergangenen Eindrücken. Ohne dieses Handicap wäre jegliches spirituelles Bemühen eine Einfachheit. Dieser dicke Filter unserer eigenen selbst verursachten Vergangenheit kreiert auch in der Auseinandersetzung mit dem Heiligsten wieder Verstehen jede Verwirklichung wird dadurch verzerrt und es untersteht nicht einmal der eigenen Kontrolle, es nicht zu verzerren. Aber was man nun tun kann, ist dies einzugestehen, dieses Phänomen anzuerkennen, die Achtsamkeit zu vergrößern, wodurch der verzerrende Teil des Unterbewusstseins verkleinert wird. Erst im Licht des Gewahrwerdens in konstanter Aufmerksamkeit löst sich der Schatten der eigenen Eindrücke in jedem Wort allmählich auf, welcher ja genau aus der Unaufmerksamkeit besteht. Erst in der vollkommenen Bewusstheit und Wachheit wird dann das Missverständnis ausgeschlossen. Der Erwachte erst versteht wirklich. Und bis dahin ist die Erkenntnisfähigkeit gefärbt und getrübt. Das Wissen auch immer noch teilweise Täuschung. In der Annahme und der Akzeptanz dessen verliert das Ego an Durchsetzungsmacht, da es sich einzugestehen hat, dass all sein Verstehen sehr relativiert wird von einem gleichzeitigen Missverstehen. All das, auf dem sich das Ego behaupten möchte, ist gar nicht so gesichert. Das Ego verliert seine Sicherheit, wenn es sich eingestehen muss, dass all seine Annahmen Eventualitäten sind. Es wird durchlässiger. Auch die Wissenschaft bestätigt ihm nun, was ihm die Mystiker seit Jahrhunderten zu erklären versuchen. Es nimmt die Welt gänzlich falsch wahr. Auf jeden Fall wird man in diesem Eingeständnis einfacher und unschuldiger und in der Unschuld wird die Meditation erst möglich. Wenn die Widerstände gegen die Ungewissheit meiner Wahrnehmung und meines Verstehens sich auflösen, wird man offener und sensibler für die Möglichkeiten, die sich außerhalb meines gegenwärtigen Verständnisses befinden. Man wird weniger bestimmt und festgesetzt, denn der Wissensstand ist noch nicht definitiv. Die arrogante Sicherheit löst sich auf, die gerade im Religiösen den eigenen Zugang zur Wirklichkeit blockiert. Wenn jemand verliebt ist in eine andere Person, fällt es enorm schwer zu sagen, es besteht die Möglichkeit, dass ich dich liebe. Ich liebe dich vielleicht, aber es entspricht der Wahrheit, denn im momentanen Zustand, denn im momentanen Zustand kann nicht mehr gesagt werden. Denn wie oft dreht sich diese sogenannte Zuneigung in ganz kurzer Zeit in Hass um. Wieso gerade der dünnen Spitze des Eisberges der Wahrnehmung unserer Oberflächenbewusstseins das ganze Vertrauen schenken. Im nächsten Moment kann die Entscheidung wieder ganz anders aussehen, da im riesigen Bereich des Schattens noch ganz andere Informationen verborgen liegen, die das Handeln dann gezwungenermaßen prägen werden. Ein großer buddhistischer Heiliger Mahavira benützte auch als erleuchtete Seele das Wort vielleicht wahrscheinlich in jede Antwort, die er den Fragenden gab, was natürlich jede Aussage relativierte. Aus diesem Grund hat er nicht viele Schüler, denn die bedingte Seele möchte Gewissheit, obwohl Gewissheit in ihrem Zustand unmöglich ist. So lässt der Wunsch nach Sicherheit alles Gehörte zu einem Konzept versteifen, was die Erfahrbarkeit, die Verwirklichung des Verständnisses natürlich verunmöglicht. Aus der Ungewissheit des menschlichen Lebens heraus, in welchem alles unsicher ist, wird dann ein Bedürfnis geboren, wenigstens ein klares und absolutes Glaubenssystem zu haben. Deshalb spricht Krishna in der Bhagavad Gita davon, dass man für die Begegnung mit der ewigen Wahrheit Sanat Dharma alle Hoffnung aufgeben und alle Scheinsicherheiten hinter sich lassen muss. 2.52 18.66 Mahavira vermittelte keine Konzepte. Das ist ein wichtiger Ansatz im Buddhismus geblieben. Als ihn jemand nach Gott gefragt hat, antwortet er vielleicht. Aber wenn man einen Gott verehren möchte, der ein vielleicht ist, dann würde auch das Gebet zu ihm zu einem vielleicht werden und das gesamte Glaubenssystem seiner Religion wäre eine Idee der Relativität. Aber in den konfessionellen organisierten Religionen sind vielleicht und aber gebannt. In aller Verwirrtheit und Konfusion des Alltags will der unaufrichtige Gottsucher nun einfach Gewissheit und Sicherheit. Er will sich nicht der ewigen Suche nach Gott ausliefern, die ihn zunächst einmal in noch viel existenziellere Unklarheit hineinbringt, in der dann auch noch alle bisherigen akzeptierten Grundlagen zu zerfallen drohen. Und so mag der Ursprung des Glaubens noch so heilig und Transparental sein. Aber er sucht ja nur ein kleinliches Festhalten, ein verbürgerliches Glauben wollen, dass ihm Sicherheit und Schutz, Gewissheit und Sorglosigkeit letztlich eine Rechtfertigung für seine Anhaftungen im Leben vermittelt. Ein gerechtes Leben als eine Bürgerschaft für ein gutes Gefühl. Er Er will Er will einen Gott, der ihn, seine Familie und seinen Weinkeller beschützt und zu dem erbeten kann, wenn er gerade nicht mehr weiter weiß und wenn es ihm gerade schlecht ergeht und will sich nicht von ihm erschüttern und entwurzeln lassen. Hätte er den Gott nicht, würde er sich einfach verloren und einsam fühlen und dafür soll Gott nun sein magisches Trostpflaster werden. Echte Heilige geben nicht oberflächlichen Trost und illusionären Mut, sondern zerstören ihn. Sie vermitteln nicht Behaglichkeit und Wohlergehen, sondern eine radikale Kehrtwende, in der man sich selber verliert. Srila Shrita Maharaj sprach immer wieder davon, zu sterben und zu leben. Wir Angst davor. Wenn wir dieser Angst nicht begegnen, wird die ganze Spiritualität ein Ausweichen von der Wirklichkeit, ein Einnisten in einer erneuten Illusion, die nun aber noch viel schwieriger zu durchschauen ist, da man ihr einen heiligen Deckmantel umlegte. Die echte Spiritualität setzt sich bereitwillig dem Vakuum der Ungewissheit aus und darin wird man zu einem wahren Sucher. Man ist bereit, selbst alle bisherigen Erkenntnis in Frage zu stellen, sämtliche angewöhnte Denkvorgänge kollabieren zu lassen. Alles darf bereitwillig einstürzen. Man will nicht Scheinsicherheit, sondern Wahrheit. Und für die müssen alle Hoffnungen und Erwartungen und Ansprüche hinfällig werden. Es braucht eine Bereitschaft für die Totalität, sonst wird man weiterhin einfach nur kleine Einsichten haben und sein inneres Leben ein wenig weiter seicht wohldosiert tröpfeln lassen. Die vollständige Bereitschaft für die Ganzherzigkeit macht einen bereit für die Offenbarung. Für die Offenbarung. Offenbarung Die Heilige Schrift besteht nicht aus Buchstaben und Wörtern dieser Welt, sondern ist eine direkte, kondensierte Erfahrung der Transzendenz, welchem Herzen von Heiligen erlebt wird. Kaimutik Naya dem Prinzip der Betrachtung von etwas Bekanntem, um von dort auf das noch Unbekannte hinzuweisen. Wenn Krishna Das Kaviraj Goswami im Chaitanya Charitamrita 1.4.202 versucht, die Reinheit von Radharanis Liebe zu Krishna zu beschreiben, beginnt er mit der Schilderung von Daruka. Er ist ein einfacher Diener Krishnas in Dvarak, der von tiefer Freude überwältigt wird, wenn er Krishna Luft zufächelt. Da er aber genau diese entzückende Ekstase ihm als ein Hindernis in der Erfreuung Krishnas erscheint, versucht er sie mit großem Aufwand zu unterdrücken. In der materiellen Welt ist jede einzelne Seele auf einer Odyssee nach Glück und wenn sie einmal einen Schein davon findet, will sie gleich zugreifen. Genau dieser Greifimpuls verhärtet das Gebilde der Trennung. Daruka aber empfindet solche Glückseligkeit und doch drängt er sie weg, um fähig zu sein, Krishna weiter zu dienen. Dies ist der erste essentielle Schritt der Gotteserkenntnis. Die Einsicht, dass es um Krishnas Freude geht, gänzlich unabhängig von angenehmen und unangenehmen Empfindungen des Geistes. Darin löst sich die Verklammerung an die bedeckten Schichten, welche einen vor der Wirklichkeit trennen. Radarani besteht gänzlich aus dieser Stimmung, die nur andeutungsweise mit Daruka umschrieben werden kann. Die Sprache stammt aus dieser Welt und es ist ihr dadurch für unmöglich Transenintens zu beschreiben. Jedoch vom Standpunkt der Offenbarung aus hat alles in der Welt göttlichen Ursprung und somit auch göttlichen Sinn. So existiert Sprache nicht nur dazu um Informationen des Desides mitzuteilen sondern dient vorrangig als Erwiderung für die Offenbarung Responsibility Die Sprache hat wie alles göttlichen Ursprung und ist ursprünglich dazu gedacht Gott zu verherrlichen Schrimad Bhagavatam 6.16.32 Aus diesem Grund spricht das Vedanta Sutra davon dass eigentlich jedes einzelne Wort nicht dazu gedacht ist praktische Informationen auszutauschen denn dafür bräuchten wir nicht eine solch komplexe Sprache mit einem Wortschatz von mehreren hunderttausenden Wörtern Das rein praktische Vermitteln von Lebensempfindlichkeiten bedürfte nicht dieser unglaublichen Komplexität Diese Komplexität ist dafür da die Erfahrung des Heiligen der Berührung mit Gott zu vermitteln Jedes Wort ist Verehrung und bezeichnet in seiner primären Bedeutung nur Gott Deshalb ist es heilig Am Am Anfang das Wort Der Unvollkommene wäre nicht unvollkommen wenn er nicht Hilfe von außen bedürfte Der Vollkommene wäre nicht vollkommen wenn er nicht in der Lage wäre sich selbst mitzuteilen Somit ist die Unterweisung die zur Vollkommenheit oder der absoluten Wahrheit führt notwendigerweise eine Wirkung des Absoluten Selber Wir sind von unserer Wesensart ausgerüstet die Gnade Gottes zu empfangen Shrila Shrida Maharaj in der Einleitung Guru and His Grace Die Heilige Schrift ist eine Manifestation der Karuna Shakti der Gnadenkraft Gottes Der Vaishnava erhält von Gott eine ganz bestimmte Kraft welche man im Sanskrit Darya Dharana Shakti nennt Es ist die Ermächtigung die Fassung aufrecht zu halten selbst in der Berührung mit dem Heiligen Was die Kapazität des physischen Körpers bei Weitem sprengt Normalerweise kann derjenige der schaut gar nicht mehr sprechen Somit würde jegliche heilige Offenbarung für immer verborgen bleiben Durch diese Kraft ermöglicht es Gott die Seele innerlich schauen zu lassen und das Geschaute zu vermitteln Alle spirituellen Traditionen kennen die Offenbarung in Gestalt heiliger Texte Dies sind sozusagen Wort Inkarnationen Gottes Eine solche Einwirkung Gottes darf aber nicht in die alte Gewohnheitsstruktur des Geistes integriert werden Damit reduzierte sie sich auf leeres Konzeptwissen Sie wird lebendig und aktiviert in der Reflexion im Inneren im Gebet und der Kontemplation in der Gegenwart der Heiligen die diese Hinweise in ihrer Lebensart verkörpern Die Verliebten verstehen den kleinsten Hinweis ihres Geliebten So dringt heilige Offenbarung Gottes hindurch durch die Wehrenis der von unseren vergangenen Eindrücken besetzten Worte Während dein Inneres vor Liebe zu brennen scheint lässt er dich etwas von dem unaussprechlichen Geheimnis seiner göttlichen Existenz ahnen Wolke des Nichtwissens Kapitel 26 Wenn sich das Unbegrenzte im Begrenzten offenbart behält es die Eigenschaften der Unbegrenztheit bei Pratishloka Prati Akshare Nana Arthakaya Chaitanya Charitamrita 2.24.318 Jeder Vers und jede einzelne Silbe aus der Offenbarung Schrift hat unzählbar viele Bedeutungen Jedes Wort ist ein Universum an Sinn Fundamentalismus will diese Unendlichkeit einfach nur eingleisig deuten Die Offenbarung im Wort die Heilige Schrift verlangt die Weitung des eigenen Verständnisses um sensibel zu werden für das was Krishna einen in diesen Worten wirklich offenbaren möchte Die Geschichte des barmherzigen Samaritas aus Lukas 10 beleuchtet auf schöne Weise dass die Heilige Offenbarung aufgeschlüsselt werden muss und man nicht einfach denken kann sie im Besitz zu haben Der Priester und der Levit die an dem von Räubern schwer Verwundeten vorbeigehen sind fromme gottesfürchtige Leute sie kennen Gott und sein Gesetz sie tragen Gott in sich wie der Wissende das Gewusste besitzt sie glauben wirklich ganz genau zu wissen was Gott von ihnen will sie wissen auch wo Gott zu finden ist in der Heiligen Schrift und im Kult des Tempels Gott ist für sie vermittelt durch die vorgegebenen Institutionen sie haben ihren Gott und er lässt sich nicht auf der Straße zwischen Jerusalem und Jericho finden was ist falsch an diesem Gottes Verständnis nicht die Rituale im Tempel und auch nicht die Heilige Schrift sondern die Erkenntnis Gottes die keine Überraschungs Erkenntnis zulässt sie sind festgefahren in einem bestimmten Verständnis das Heilige will sich immer weiter ausdehnen und in ihm gibt es nie Stagnation das ist die wesensgemäße Reaktion auf das Unbegrenzte dann kann Wirklichkeit durch die Worte hindurch scheinen es ist aufgrund der Gottes Absorption des Sprechers welche es ermöglicht an allen Begrenztheiten der Sprache vorbei durch das Medium der Worte eine gänzlich neue Erfahrung zu erhalten Im Bhagavatam wird oft geschildert was mit jemandem geschieht der über Krishna befragt wird Er antwortet nicht aus dem Reservoir seiner Erinnerungen heraus sondern vertieft sich immer wieder ganz neu in Gott Hier befragt Vidura Udhava er solle ihm über Krishna berichten Einen Augenblick lang verstummte er wie ein Toter und sein Körper bewegte sich nicht Er versank in hingebungsvoller Ekstase im Nektar die Erinnerung an die Lotes Füße des Herrn und er schien immer tiefer in diese Glückseligkeit einzugehen Vidura beobachtete dass Udhava aufgrund tiefer Ekstase alle transzendentalen körperlichen Veränderungen zeigte und dass er versuchte sich Tränen der Trennung aus den Augen zu wischen Vidura konnte daher verstehen dass Udhava in jeder Hinsicht tiefe Liebe zum Herrn entwickelt hatte Der große gottgeweihte Udhava kam bald vom Reich des Herrn auf die menschliche Ebene zurück das heißt er war gänzlich in Samali und indem er sich die Augen rieb erweckte er seine Erinnerung an die äußere Welt und sprach zu Vidura mit freundlichen Worten Bhagavatam 3.2 4-6 Auch König Parikshit befragte seinen Lehrer nach Krishna Dann heißt es im Bhagavatam 10.12.44 Als Maharaj Parikshit Shugadev Goswami diese Frage stellte erinnerte sich Shugadev Goswami im Inneren seines Herzens sofort an Krishnas Taten und verlor äußerlich den Kontakt zur Tätigkeit seiner Sinne Schließlich gelang es ihm unter großen Schwierigkeiten indem er seine innere Freude unterdrückte seine äußere Sinneswahrnehmung zurückzuerlangen und er begann zu Maharaj Parikshit über Krishna Katar zu sprechen Das geschehen 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 sch 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 sch